das sollte reichen ausreichen so kalt können wir jetzt gehen hier brennen zwei feuerpalmen was hast du eigentlich ein problem und ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen ich will noch mal da oben drauf wie das neblig hier gerade ist wie war das jetzt noch mal ich weiß ich bin da irgendwie drüber gekommen aber ich weiß nicht mehr genau wie was ist einfach hier so rüber schweben und dann hoch klettern kann ich mir gerade eigentlich nicht vorstellen habe ich dafür nur genug energie ja doch doch ich wusste es halt einfach nicht mehr warte mal da ist monstadt das da hinten könnte dualis der schauplatz mit dualis sein das heißt das da ist eine neue stadt die wir noch nicht kennen da müsste die uhr sein wo das ding drüber schwebt schon geil wie weit man gucken kann noch mal gucken ich muss da irgendwo ich glaube ich habe gar nicht so viel energie um da hinzukommen schwebt knapp energie zwischen tanken wird nämlich knapp so und jetzt könnte ich theoretisch durchfliegen aber auch interessant wie viel kältig jetzt theoretisch schon wieder ansammeln mein problem was ich übrigens sehe mit dieser waffe die man uns herstellen möchte ist dass man in irgendeiner prüfung wie zum beispiel die da oder so dass man da diese diesen ich weiß nicht was was es war speer stangenwaffe irgendwie sowas sollte man bekommen dass man das da drin kriegt hast du die backe platziert wundervoll danke jetzt bekomme ich endlich eine zuverlässige messung der höhe des berges und was die vergütung angeht ich habe syrus gebeten etwas zusammenzustellen frag ihn danach wenn du das nächste mal in der stadt bist und weil du ihn vor mir triffst könntest du ihm auch diesen brief geben er hat mir versprochen mich über den zweiten erkundungstrupp zu informieren der sich auf den weg in die berge macht aber ich habe immer noch nichts von ihm gehört wenn der rest meiner banken repariert ist werde ich wieder hoch gehen und sie alle aufstellen müssen es gibt noch viele dinge die auf diesem berg vermessen werden müssen ein liebesbrief an syrus was so die war dahin hallo syrus hallo kann ich etwas für dich tun ich habe einen brief für dich einen brief er ist von ihr ich möchte wetten sie fragt wieder nach dem nächsten forschungstrupp ich weiß gar nicht was ich tun soll man kann heutzutage selten ein team finden das bereit ist den berg zu bezwingen es ist einfach zu gefährlich darum ich werde ihr bald einen brief schreiben indem ich ihr die lage erkläre danke dass du die reise gemacht hast um diesen brief zu überbringen da wir gerade von briefen sprechen sie hatte kürzlich einen weiteren geschickt indem sie mich bat die eine belohnung zukommen zu lassen hier bitte nehmen sie eine letzte sache ich sehe dass du ziemlich kräftig bist aber trotzdem bitte ich dich dringend in den bergen vorsichtig zu sein der drachen grad wenn sich die gelegenheit ergeben würde einen forschungstrupp persönlich dort hinzuführen würde ich sie sicher ergreifen und schütze weg ist er wieder das ist voll viel belohnung naja so beginn und hier die weil es war ja glaube ich jetzt wieder ein abgeschlossener fest kommen wir uns hier noch mal die belohnung ab hallo hertha das war wieder eine zwei quest sogar ach die zählten jede einzelne da ich habe gelassen quest reihen mit gemeint okay nice gut schade nicht auf ansehen stufe drei aber das macht nix erkundung hat sich nicht wirklich verändert mit 60 prozent bin habe ich hier alles rausgeholt ok bringen müssen schade so dann hier lang habe ich ja vor wieder meine mitstreiter abzuholen die auf erkundung sind machen wir wieder und die beiden und leo hier auch nochmal abholen das macht dann wieder ember so dankeschön so er hat meine überlegung wegen den probeläufen ich habe ja gesagt hier kirala und kuki shinobu wegen den materialien aber ich habe die schon ich kann die so sammeln deswegen bin ich jetzt echt etwas über überfragt ob ich sie dann überhaupt machen soll weil die sachen kann ich anscheinend selber so kriegen schon brauche ich dann also nicht würde ich sagen so wie sieht es hier aus ich habe drei und ich weiß dass 32.000 3200 so nicht 200.000 entschuldigung mehr 20 pulse bringen würden das heißt ich habe eigentlich für 20 pols richtig so mein problem ist nur die vier sterne wären sinnvoll zu holen weil ich die alle drei habe aber ich meine ich war mit den fünf sterne nicht wirklich ich war glaube ich von denen nicht wirklich überzeugt sie waren zwar nicht schlecht aber irgendwie andererseits glaube ich auch nicht unbedingt dass ich schon wieder fünf sterne pulle gut habe ich beim letzten mal glaube ich auch gesagt und ich es kam wieder ein fünf sterne pull ich würde aber keine waffe von den beiden pullen wollen das ist so es ist gerade irgendwie problematisch einerseits würde ich gerne die vier sterne charaktere ziehen aber ich will nichts von den fünf sterne sachen ziehen sehr 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 gemein ich habe keine ahnung was ich machen soll das ist hier oder habe ich sogar sechster könnte ich sogar auch machen gut wie sieht es da eigentlich mit der fünf stelle aus sind das immer nur monarchy king und kiki oder oder wer ist dort steht hier nicht beinahe doch hier der jackie king kiki jan dean wie auch immer ding nary mona die look ich habe ja hier auch schon mal gepult bei wanderlust aber ich habe keine ahnung mehr wie viel soll ich einfach um des pullens willen 14 tagen ich krieg sowieso bis zum nächsten mal nicht wieder so viel zusammen durch offline sein ich habe jetzt durch offline sein irgendwie ich glaube 6 500 oder 600 bekommen das war aber glaube ich war irgendein event zwischendrin war was ich nicht mitgemacht habe aber ich habe halt die volumen bekommen ich weiß nicht ich bin sowieso wie gesagt darf von mir aus so er ich will gerne alle haben schon aber ich will hätte nur gezielt dann wirklich mich auf charaktere konzentrieren und momentan habe ich zwar gute fünf sterne charaktere die ich aber nicht leveln kann weil ich die materialien nicht habe um die auf stufe 20 zu kriegen deswegen würde es glaube ich für mich momentan er sinn machen das standardgebiet zu machen oder gebete mit alten charakteren wobei ich aber sage die beiden sind glaube ich auch zu neu bei cino weil ich gar nicht wann der rauskommen ist aber ich meine hier kamis hato ajato ist noch ist in anführungszeichen relativ neu noch relativ ne ich komme ich mache die hier ich brauche 14 das waren die ne vor bestimmte schicksal nicht verwobener schicksal ja ja schön dass es mittlerweile auch angezeigt wird wie viel das dann kostet ich glaube das war vorher nicht oder ich habe es nie gesehen keine ahnung so dann let's roll good luck konto sagen es nicht vier sterne waffe es ist mir ist vom prinzip egal auch vier stelle waffe opfer großschwert kennen wir schon dann machen wir noch ein 10er pull koki shinobu ok es war jetzt nicht unbedingt ein vier sterne charakter nicht ziehen wollte weil ich diejenige in der gruppe habe aber passt trotzdem einer von den charakteren die ich schon hatte na gut genau dahin wo haben wir so haben wir so da haben wir so sternen bild hochstufen vergrößert die wirken im wirksbereich von joe narukami kariyama ritual meine güte was noch länger hätten sie den namen nicht machen können oder so waffentechnisch habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt was habe ich eigentlich habe mir viel ich habe die vier sterne waffe flöte an ja da habe ich leider keine vier stelle genau für sie hätte ich gerne vier stelle waffe richtig opfer großschwert das habe ich doch gerade gezogen oder bin ich blöd ja das heißt ich kann es verfeinern was macht das dann beschränkt abklingzeit haben wir 40 prozent hier ist 55 prozent und die abklingzeit ist runter das ist geil das ist also entsperren wählen und verfeinern nice beim nächsten ist schon 60 prozent und 22 sekunden abklingzeit da ist ja schon fast dann so gut dass man gar nicht mehr weiter verfeinern brauche bei grad drei ne warte grad zwei ist das dann oder bin ich selber verwirrt ne ich bin jetzt auf grad zwei also grad drei okay gut nice razor wieder einen ticken stärker auch wenn es natürlich nur die skills das gilt der skill des schwerts ist aber gut okay dann mache ich mich noch mal an hallo ja wir machen heute mal wieder ein ende in mondstadt wir haben ein bisschen noch jetzt nachdem nachdem wir gemerkt haben wir müssen level 28 werden aber noch ein bisschen versucht zu leveln auch hier machen schaffen kann ich noch mitnehmen der abschiedsgesuch repariere das alte selbst ohne die kokos sie gesehen zu haben das alte gerät bereite alles für den letzten abschied vor okay die drei sachen da besuchen den schneebergen hast du auch vier okay jetzt aber dankeschön so wir sind noch nicht 27 das heißt wir haben immer noch über ein level was wir machen müssen das wäre ich mit weiteren mich hier werde ich mit weiteren questen machen neben kristen aus mondstadt erstmal weil haben wir noch ein paar und dann falls sie nicht ausreichen wenn wir dann nach new mal marschieren oder hier die die täglichen aufgaben machen mal schauen das wird schwierig ich habe keine ahnung krieg ich da eigentlich was ist das ist ein speer ja ist ein speer stellt beim treffung gegner mit starke griffen und heftigen schwingen grüe effekten schade wenn das so eine kombination aus krüe und pyro wäre das heißt wenn die von dem pyro effekt betroffen sind dass sie dann mehr schaden machen mit dem eis das wäre natürlich geil für für xian ling aber leider ist das nicht der fall schade schade gut ne aufrufen für solche sachen werde ich dann weitermachen beim nächsten mal wieder ja habe ich glaube nicht weil sonst waffe ist verbessert cookie shinobu ist das sternbild verbessert aber ansonsten meine ich haben alles okay gut dann bedanke mich auf jeden fall für das einschalten wünschen noch einen schönen tag ab wann auch immer immer ihr geguckt habt und ich vermute mal das ist meine letzte aufnahme in diesem jahr ich schreibe gerade den 4 dezember deswegen ich bin ja überlegen kommt die rechtzeitig für weihnachten ja die ist meine das was ich jetzt hier sagen ist wahrscheinlich nach weihnachten aber ich hoffe ihr hattet schöne weihnachten eventuell auch einen guten rutsch gehabt ich hoffe es wenn es noch nicht war dann guten rutsch ich glaube aber auch das ist vorbei ich habe gerade keinen überblick wann diese folge rauskommen würde ja auf jeden fall aufnahmen wir sich dann 2024 wahrscheinlich oder ganz ganz knapp am ende von 23 würde nochmal was aufgenommen aber dann im nächsten jahr wieder also bis dahin ciao 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 und 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 und